Die Maschmaschine stimmt so. Hier, der schlechte Geruch kommt vom angesammelten Schmutzwasser. Mein Tipp, Calgon 3 in 1. Mit Calgon bei jeder Wäsche verhindern Sie lübel riechende Rückstände und Ihre Maschine bleibt frisch. Und gegen Bakterien in Ihrer Maschine verwenden Sie Calgon Hygiene Plus. Das Antikalp-Produkt, das 99,9% der Bakterien in Ihrer Waschmaschine beseitigt. Das ganze Leben ist ein Kitschern. Dann ist das nicht fantastisch, dann ist das epikastisch. Aber wie hat der schon getestet? Der ist richtig.